Groß Boten. Nach fast einjähriger Bauzeit schmückte eine Richtkrone den neuen Dachstuhl des ehemaligen Wohnhauses von Wilhelm Wund. Am Baugerüst waren Banner angebracht, welche über die Medizingeschichte der Region informieren. Erarbeitet hatten diese Studierende der Medizinischen Hochschule Brandenburg im Rahmen eines Kurses im Sommer 2022. Professor Wilhelm Wund gilt als Begründer der modernen wissenschaftlichen Psychologie. Mit dem traditionellen Richtspruch erbat der Zimmermann Gottes Segen für das Haus und dank der allen am Bau beteiligten Gewerken und natürlich der Bauherrin. Katharina Ungere-Holk hatte das Haus 2017 gekauft und so vor dem Abriss bewahrt. Baubeginn für die denkmalgerechte Sanierung und Instandsetzung der Wilhelm Wund war der 25. Juni 2022. In diesem Jahr übernahm die MHB die Schirmherrschaft für das Projekt. auf den Haare